Urdhva-Hastapadasana ist die obere Hand-Fuß-Stellung. Raffaela, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Vom Sitzen ausgehend fasse mit den Händen an die Füße und es gibt zwei Variationen. Du kannst die Füße zusammenhalten und nach oben schauen oder du kannst die Beine auseinandergeben. Beides ist Urdhva-Hastapadasana, die nach oben ausgerichtete Hand-Fuß-Stellung.